Musik 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 Hast du gewustet? Hast du schon an? Ja, ich habe gewustet. Vier Wochen und der grippale Infekt will nicht weg. Hast du dein Telefon ausgemacht? Warum? Weil klingelt ganz wieder gleich. Ja und? Warum hängt dir dein Schnipsel da aus dem T-Shirt? Ich bin wichtig. Weil hier keiner da ist. Wir haben keine Angestellten, die uns vernünftig vorbereiten. Wir müssen alles selber machen. Übrigens, hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind sie ja. Guck mal da. Herr Matze und ihr Lutze. Ja, wir sind es mal wieder. Wollen mal wieder ein Video machen. Und das Neueste aus Borkheide erzählen. Und ein paar Termine. Als Erster der Gruß der Woche. Der geht an Matze. Der geht an, wir nennen dich jetzt einfach Franzi. Und dann Marc aus der Belitzer. Herzlichen Dank nochmal persönlich für die Einladung zum Richtfest. Wir werden kommen. Lutze bringt vermutlich seine Frau mit. Meine kann leider nicht. Hat hier schon geschrieben. Und alle anderen, die uns nicht eingeladen haben bisher zu Richtfesten hier in Borkheide, die können jetzt mal ein ganz schlechtes Gewissen haben. Du wirst ja schon, wer meine Frau ist, oder? Meine Kamera, ne? Oh. Ja, also die Kamera bringen wir auf jeden Fall mit. Und ich bringe auch meine Frau mit. Matze, seine können wir nicht vorzeigen heute. Nee, heute nicht. Heute nicht. Nee, heute war Zahn-OP. Schöne Grüße ans Krankenbett. Ja, also wie gesagt, wir freuen uns schon da drauf. Nächste Woche, ne? Am... Nächste Woche? Nächste Woche? Nächste Woche? Also war am 25. oder 26. Ach, ist egal. Ach, ist egal. Unangenehmes Gefühl, wenn man plötzlich ganz scharf in die Eisen gehen muss. Macht keinen Spaß. Hatte so Angst, ne? Hatte ich Angst. Ja, Matze hatte Angst gehabt. Also so geht's nicht. Leute, seid vorsichtig. Wenn der alte Mann hier unterwegs ist, könnt ihr nicht einfach drüber krachen. Noch habe ich Bremsen. Also noch kann ich reagieren zeitnah. Aber ich werde ja auch älter und dann geht das irgendwann mal schief. Gut. So, dann kommen wir von der Belitzer. Gehen wir gleich weiter zur Schule. Ins Tausendste. Wir gehen mal zur Schule. Warte, wir gehen jetzt zur Schule von der Belitzer? Wir gehen jetzt von der Belitzer mal zur Schule. Schule, wir hatten ja das Thema in der vorletzten Sendung gehabt, dass da ein paar Probleme beziehungsweise keine Förderung gab für dieses ganze Schulprojekt, was schon seit Jahren geht. Und dafür haben wir heute exklusiv für euch den Bürgermeister zu besuchen, der den neuesten Stand über dieses Thema jetzt mit im Interview kundtun wird. Schnapp ihn dir einfach mal und setz ihn mal hier hin. Film ab. Hallo, Borgheide. Hallo, Welt. Heute wieder zu Gast unseren Bürgermeister hier aus Borgheide, den Andreas Kreibig. Und Thema ist ganz einfach, wie wir schon in der vorletzten Sendung angedroht haben, der Neubau der Borgheider Grundschule, die ja aus allen Nähten platzt und die schon seit vielen, vielen Jahren hier in Arbeit ist. Ich weiß gar nicht wie lange, lieber Andreas. Genau, seit 2018. Seit 2018. Ja. Und wo wir in diesem Jahr so den Rheinfall hoch 3 erlebt haben, dass die Förderung nicht durchgegangen ist für diese Schule und für die auch schon eigentlich viel Geld aus der Borgheide-Kasse geflossen ist, oder? Ja, ist da schon ein bisschen Geld geflossen aus der Borgheide-Kasse, muss man so sagen. Kannst du das mal ein bisschen im Werdegang bis dato zusammenfassen? Kann man zusammenfassen. Wir haben ja mal zwei Räume angebaut an diese Schulgebäude, an diese alte, also die Flexgebäude. Danach wurde festgestellt, wir wollten mehr anbauen, dass es nicht mehr möglich ist, aufgrund der nicht vorhandenen Spielfläche. Ein paar Kleinigkeiten am Grundstück waren noch so ein bisschen ausschlaggebend, die da auch festgestellt worden sind. Die sind aber mittlerweile bereinigt und dann haben wir uns entschlossen, wir bauen eine neue Schule. Ja. Und eine neue Schule bauen heißt, als Kommune, man muss das finanzieren können. Also Auflage-Machbarkeitsstudie von der kommunalen Sicht, da wurden uns drei Varianten erarbeitet durch ein Planungsbüro und die drei Varianten, die auf dem Tisch lagen, wurden durch die Gemeindevertretung begutachtet und eine wurde befürwortet und dieser einen ist man dann in der Ausschreibung gegangen, das ja damals schon um circa 9 Millionen Euro ging. Für die komplette Schule. Für die Schule, also für die Schule, sprich Schule, Neubau und Abriss und Tonhalle, wobei das sehr scharf gerechnet war, muss man sagen, musste das ja europaweit ausgeschrieben werden, eine Planung. Rechtsanwaltskanzlei hat das gemacht, in Potsdam ansässig und dann kam es zum Ajebnis, noch mal ein Planungsbüro gehabt und dann haben wir angefangen, mit dem Planungsbüro zu arbeiten, die mit uns und haben eine Arbeitsgruppe mit dem zusammen, diesen neuen Schulcampus entwickelt. Am Ende des Tages sind die nur Gott sei Dank so eigentlich ehrlich gewesen und haben gesagt, also okay, wir können sagen, 17 Millionen circa, aber da ja die Preissteigerung jeder kennt, rechnen wir mal gleich mal circa 30 bis 40, also genau 35 Prozent Preissteigerung rein. Dann waren wir bei 21 Millionen und ein paar kleinen, aber ohne Tonhalle, ohne Tonhalle, ohne Abriss, ohne Abriss, also gehen wir mal davon aus, Schätzungen jetzt, wir landen 330. 330, aber es ist weit mehr Kinder mittlerweile hier. Nein, jetzt sind wir 285, aber als wir angefangen haben zu planen, waren wir bei 240, also vor vier Jahren, kann man sich ausrechnen, in vier Jahren, sind wir theoretisch schon, so weiter geht, schon über 330. So, dann kam ja 2022, wo dann das Geld dafür... Ja, ich habe einen Antrag aus dem Amt über dieses Förderprogramm des Landes, der sogenannten KIP-2-Mittel, leider natürlich hoffnungslos überzeichnet. Ja, und im Auswahlverfahren hat man dann halt so gewählt, dass die die niedrigschwelligsten Angebote bezuschussen und alles, was dann drüber war, natürlich nicht und dann mal 70 Millionen Euro, die im Topf waren, waren dann irgendwann alle und dann blieben noch Anträge im Wert von ungefähr 600 Millionen Euro übrig. Landesweit. Landesweit. Genau. War jetzt der Versuch, es gibt natürlich kleinteilige Förderungsmöglichkeiten, gibt es noch. Wir müssen schauen, am ersten des Tages wird jetzt neu geplant, also es gibt dann wieder drei Varianten. Also geht es jetzt von vorne wieder los? Aus dieser neuen Variante werden jetzt nochmal drei Varianten entwickelt, beziehungsweise eine ist schon ein bisschen favorisiert worden, dort werden die Kosten nochmal neu berechnet. Für diese Variantenberechnungen kommen jetzt, sind aufgerufen, ca. 55.000 Euro nochmal für das Planungsbüro und für nochmal eine neue Planung ca. 200.000 Euro. Dann würden wir uns im Rahmen mit allen Momentan bei 800, 850.000 Euro momentan Planungskosten nur bewegen. 850.000 Euro, nur für die Planungskosten? Nur für die Planungskosten, ja. Mit null Garantie, dass eine Förderung kommt. Ja, das ist ein Risiko. Ich halte eine Förderung für möglich, aber in welchen Bereichen? Energetisch, Ausrüstung der Schule, alles mögliche, aber man muss auch an alles denken, dass wir am Ende des Tages eine Schule, also Räumlichkeiten auf jeden Fall brauchen. Die Schule hat ja da wunderbar mitgearbeitet, muss man sagen, die haben sich da einen Riesenkopf gemacht und aufgrund dessen ist ja ein Traumkonzept entstanden und jetzt schauen wir mal, was da am Ende des Tages rauskommt. Ich war aber zu bezweifeln, dass wir von 21,6 Millionen auf 7 oder 8 Millionen runterkommen, die wir als Gemeinde uns leisten könnten. Das heißt, ohne Förderung ist der Schulneubau definitiv nicht zu stemmen? Nein, jedenfalls nicht in der Größenordnung, sag mal so. Und wie dann die Gemeinde damit umgeht oder wie wir uns da weiterverhalten, das muss man schauen. Wir müssen es echt schauen, weil es ist ja so, dass das Schulaufelende zu klein ist, die Schule an anderer Stelle stellt eine Erweiterung. Wir brauchen einen neuen Bolzplatz auf der Schule, die ist ja nur schon über Jahre sanierungsbedürftig, aber aufgrund dessen, dass niemand gewusst hat, wohin geht die Reise, bauen wir den an der gleichen Stelle wieder auf, reißen den drei Jahre später wieder ab, kann man nicht verantworten. Mittlerweile sind wir schlauer. Mittlerweile wissen wir, dass der Containerbau stehen bleiben wird. So weit ist es schon. Und dann kann der Bolzplatz erneuert werden. Und dann muss man sehen. Ja, also das bleibt spannend und kostet Zeit und Nerven. Leider Gottes, die Zeit, die wir nicht haben und die Kinder auch nicht haben und die Schule auch nicht hat. Ja, es ist ja nun viel Zuzug gewesen in umliegenden Gemeinden und halt auch in Borgheide selber. Und der hält ja immer noch an. Der hält noch an, ja. Ja, kommt halt um neue Kinder dazu. Der wird uns auch weiter assistiert, der Zuzug, also dass der bleibt. Also erstmal beständig bleibt zumindest bis ins Jahr 2030 hinein und weiter. Also der bleibt einfach aufgrund der natürlichen Fluktuation, die auch stattfindet. Das ist einfach mal so. Aber das kann die Schule eigentlich nicht mehr stemmen. Es geht halt nicht nur um die Schule, glaube ich, Kindergarten ist ähnlich, ne? Ja, Kindergarten sind eh nicht. Aber es geht ja im gesamten Amtsbereich und Kinder-Kita-Plätze und Grundschulplätze. Und das alles reicht eigentlich nicht mehr aus halt. Und das ist jetzt nicht mal, ich sag mal, eine Blindheit von Gemeinden. Das ist einfach, weil man, naja, weil es Sachen gibt, die woanders entschieden werden, wo wir als Gemeinde relativ wenig Einfluss haben. Ja, das ist ja ein bisschen deprimierend. Muss man mal einfach so sagen. Ja, das ist schon deprimierend. Das ist schon, dass wir dann am Ende des Tages nicht 20 Millionen Euro Fördermittel kriegen, war auch völlig klar. Ja, aber es sind doch vier Jahre Arbeit und Geld umsonst gewesen, oder? Ne, umsonst nicht. Umsonst nicht. Umsonsten kann man nicht sagen. Verschenkte Zeit. Verschenkte Zeit aufgrund dieser langen, langen Verfahren, die wir hier durchlaufen müssen. Aber das heißt, jetzt startet der das Projekt nochmal neu. Dann können jetzt ohne Frage auch wieder vier Jahre ins Land gehen. Naja, das kann man so nicht sagen. Weil die Grundplanung ist ja da. Ja, das wird ja jetzt nur in Anführungsstrichen abgespeckt und ein bisschen anders verteilt. Das ist schon da. Aber es wird ja nicht billiger. Da muss man es nicht sagen. Ja, also gut, da kann man nicht voraussehen, wo das hinläuft. Das wird wahrscheinlich wenig preiswert. Also diese große Summe wird es nicht mehr sein. Aber ich gehe nicht davon aus, dass da sieben oder acht Millionen Euro rauskommen. Selbst wenn für so einen Neubau sieben bis acht Millionen Euro rauskommen sollte, fehlen immer noch die fünf Millionen für die fünf, circa viereinhalb bis fünf Millionen Euro für die Turnhalle. Also keine rosigen Aussichten, wie man sehen kann. Ja, im Moment sind wir natürlich erstmal nicht so erfreulich. Ne. Sagen wir mal so. Also man kann halt nicht viel Hoffnung machen, oder? Man sagt, man bleibt dran, aber man hofft. Hoffnung, naja, mit dem blöden Spruch kommt jetzt hier, wo es das Phrasenschwein in die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, gut. Das ist eine langweilige Sache, da musst du dranbleiben. Und die Verwaltung im Amt weißt du da auch. Und ja. Okay. Vielleicht müssen wir unsere andere Unterstützer suchen, oder wie wir das auch gestaltet. Wir müssen jetzt abwarten, weil es am Ende des Tages nachher wahrscheinlich im Februar raus, oder Januar, Februar, dabei rauskommt, wo der Preis liegt. Ja. Und die Gemeindevertretung muss ja dann sagen, okay, wir nehmen jetzt die Variante und planen die. Ja. Doch, bis zu Ende durch. Kann sie aber nur machen, wenn wir auch Geld haben. Also wenn nur ein Projekt finanziell nicht abgesichert ist, darf ich es in Haushalt nicht aufnehmen. Also würde jetzt noch bleiben, verschiedenste Zeitscheiben zum Projekt drum zu setzen. Ja. Ja, wir sind jetzt wirklich in der Glaskugel gerade. Ich habe so das Gefühl. Ganz weit in der Glaskugel sind wir jetzt gerade noch mal so. Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich so in meiner Lebzeit die Schule nicht mehr sehen werde. Ja, aber okay. Es liegt ja nicht an der Gemeinde, die über 30 Jahre arbeitet. Ich denke mal, in den nächsten 30 Jahren wirst du bestimmt noch was sehen. Ja, in den nächsten 30 Jahren. Ja. Okay. Ich habe 90. Nicht so schlimm. Wenn ich noch lebe. Na doch. Das wollen wir doch hoffen. Du willst ja die Schule noch sehen. Ja, super. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, man kann nicht außer Kast. Also mir tut ja so die Gemeindeverwaltung doch ein bisschen leid. Also die Leute, die da dran gearbeitet haben. Wir tun eigentlich die Kinder. Und die Kinder. Wir tun eigentlich die Kinder leid und die Menschen, die dort arbeiten. Ja. Müssen. Also Leid. Ich will mehr Leid tun. Ich weiß nicht, ob man Leid tun oder so sagen sollte. Aber das ist halt keine befriedigende Aussicht. So kann man das sagen. Ja. Das ist auch keine befriedigende. Ja. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ja, so viel dazu erstmal. Wir freuen uns jedenfalls, dass der Bürgermeister hier mal Rede und Antwort gestanden hat. Es ist ja so, wie es ist. So wie es halt gesagt hat. Kann halt nichts ändern. Und wir können halt nur hoffen, das andere lasse ich jetzt wieder weg. Ja, vielleicht finden wir auch noch jemanden, der uns da finanziell etwas unterstützt. Wobei wir natürlich auch die Linien refinanzieren oder müssten. Und wie da die rechtlichen Gegebenheiten sind, das muss aber abgeprüft werden. Also wie gesagt, wir können nicht mehr keine Geschenke oder solche Sachen dürfen wir nicht annehmen. Das muss ja wie gesagt dann auch dementsprechend alles wieder refinanziert werden. Der Matze hat schon mal 5 Euro da. Hast du 5? 5 Euro für die Schule sind schon mal da. Aber ich glaube, das reicht vorne und hinten nicht. Nee, reicht vorne und hinten gar nicht. Damit kannst du nicht mal einen Bauarbeiter bestechen. Nee, den wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja auch keinen bestechen. Ja. Ja, irgendwie ist, also zumindest für mich ist es irgendwie so ein bisschen deprimierend. Muss ich mal sagen. Also ich sehe da halt keine, die Leute, die hergezogen sind, vielleicht mit der Hoffnung, ihre Kinder hier einschulen zu können. Ja, nee, kann man ja eigentlich die Hoffnung gleich nehmen. Oder die müssen die woanders umbucken. Die sind dann selber, müssen selber. Entscheidet ihr mal zur Schule und weiter. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, vielen Dank, lieber Andreas. Und wir schauen, was wird. Wir bleiben dran. Und sollte da irgendwas passieren, was kommuniziert werden kann oder sollte, dann sind wir natürlich immer mit dabei. Aber mehr kann im Moment halt nicht kommen. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Tschüss, bis bald. Tschüssi. Ja, vielen Dank, lieber Bürgermeister. Jetzt wissen wir erst mal Bescheid. Wir bleiben dran an der Sache. Wir schauen, was das wird. Wir hoffen und bangen für die Kinder natürlich mit, dass die Schule irgendwann doch mal gebaut wird. Und vielleicht erlebe ich das ja noch. Oder du? Dass wir in der neuen Turnhalle, die vielleicht auch irgendwann mal kommt, nochmal einen Ball werfen können oder so. Wir gucken mal. Jo, dann. Ach so, weißt du, ich habe gehört, du hast Pilze im Garten. Ich habe einen Pilz, einen im Garten gefunden und im Supermarkt habe ich Pilze ohne Ende gefunden. Ja, ich war im Wald. Ich war joggen. Übrigens, ja, man sieht es, ich habe abgenommen. Und war ich joggen. Blaue Flecken am Knie? Blau, wie? Vom Liegen meinst du? Nee, vom Davorrennen. Alles voll, ja. Alles doch voll. Ich wollte Pilze sehen im Wald. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe lauter Karossen gesehen. Das ist ein Ding. Die fahren mit ihren Autos bis in den letzten Waldwinkel rein. Bloß nicht laufen. Also, ich meine, jetzt habe ich ja nicht Einfahrtverbotenschild gesehen oder so, aber das ist total witzig, wie viele Autos, komischerweise von den Städtern, P und B, fahren bis in den letzten Winkel, um Pilze zu sammeln. Und nicht so weit vom Autowinkel, sonst verlaufen die sich nämlich im Wald. Das geht gar nicht. Die glauben, dass B-Nummernschild heißt Borgheide. Und dann ist ja witzig, die lassen die besten Pilze immer stehen. Ja, das würde ich auch. Ja, weil aus Angst, dass ich die Falschen greife. Die Baron nehmen Sie ja mit, aber die will ich gar nicht mehr. Nein, den habe ich bei mir gefunden. Das ist ja das eine Wild gewesen Stadt. Du brauchst doch nicht im Wald, du verläust dich doch auch im Wald, oder? Und ich glaube, vor unserem Grundstück, hallo lieber D-Wex-Fahrer, da ich keine Pilze esse, glaube es war ein Steinpilz, könntest du den auch mitnehmen. Also, ich habe ihn da gelassen. Gut, so, das dazu. Dann kommen wir zum Waldbad nochmal. Nee, nee, pass auf. Wir machen, nein, wir machen das hier jetzt. Das Ja, es passt zu Ende. Und der Lutze hat wieder Kalender gemacht für dieses Jahr. Ja, Matze zeigt gerade die schönen Motive alle. Januar, Schnee im Januar. Ich gehe mal noch in Herbst rein. Im Herbst haben wir hier Nebel in Borgheide. Sehr schönes Motiv. Und dann als im Juni die Sonne so erschienen hat, das war richtig grelle heiß. Kann es sein, dass du gerade die lieben Borgheide alle verarscht? Ich? Ja. Wir hatten angefangen. Nein. Also, ihr könnt die hier erwerben bei mir, 15 Euro wie letztes Jahr. Und ihr könnt die nicht nur bei mir erwerben, sondern ab morgen. Ab morgen, dem 18. Ab morgen, den 18. Ja, den 18. 10. Am 18.10. Auch im Ahornweg 9. Hier in Borgheide. Da sitze ich immer und gucke zum Fenster raus. Ich sehe dann auch, wenn jemand vorbeikommt. Aber bringt Ihnen kein Trinkgeld mit? Nee, bringt Getränke mit. Du musst es richtig ausdrücken. Da gibt es ja auch zu kaufen. Und gegebenenfalls auch vorher anrufen. Auf mediengruppe-borgheide.de unter Kontakt stehen auch irgendwo unsere Telefonnummern. Genau. Da sind wir. Und dann könnt ihr natürlich. Wir haben unsere Telefonnummern mit Internet. Frei? Ja. Mit Adresse? Frei. Wir stehen dazu noch. Wir sind schön blöd, oder? Wir sind mutig. Oh, wei, oh, wei. Ja. Aber wie gesagt, die gibt es dann halt eventuell auch noch zum Weihnachtsmarkt im Waldbad. Weihnachtsmarkt. Und das ist wann? Ja, Moment. Zum Weihnachtsmarkt am 10.12. Ja. Wird es die bestimmt dort auch geben. Da rennst du ja auch rum. Dann kriegst du noch eine Umhängetasche. Da kannst du direkt den deuten Kalender in die Hand drücken. Und am 3.12. Da ist nämlich, da gibt es die auch, sagen wir jetzt schon mal, auf dem Marktplatz. Denn am 3.12. Habe ich gehört, soll wieder der Weihnachtsmann vorbeikommen von 16 bis 18 Uhr und sammelt die? Die Wunschzettel ein. Also ihr könnt schon mal die Wunschzettel fertig machen am 3.12. Und von 16 bis 18 Uhr. Und Lieder üben zum Singen. Lieder üben und Gedichte. Und natürlich freut sich der Weihnachtsmann schon tierisch darauf, dass er wieder schön schlemmen kann im Fliegerheim, habe ich gehört. Richtig. Der ist gebucht Abend vorher und der Stefan wird ihn bestimmt wieder zu uns fahren. Und dad, wir haben einen Hinweis noch gekriegt. Er hat gesagt, wir sollen mal zusehen, ob wir hier nicht wieder Süßigkeiten zusammen gespendet bekommen für diese Veranstaltung. So wie im letzten Jahr. Letztes Jahr war das richtig, richtig, richtig gut. Sodass wir die Süßigkeiten noch weiter verteilt haben an die Schule und an den Kindergarten. Also auch an Privatpersonen und Firmen. Wenn ihr uns wieder unterstützen wollt beim Weihnachtsmann, für den Weihnachtsmann, nicht für den Weihnachtsmann, es ist ja für die Kinder, die dort zum Weihnachtsmann kommen, könnt ihr natürlich wieder mit Süßigkeiten etc. Ich sponsore wieder ein paar Feuerfackeln. Und vielleicht kriegen wir auch wieder vor dem Kurzschluss ein Gitarristen zusammen. Ein Lied gesungen. Ein Lied gesungen. Oder zwei oder drei. Vielleicht kriegen wir einen Gitarristen zusammen. Vielleicht kriegen wir es auch wieder hin. Wir gucken mal, was wir alles so organisiert kriegen bis dahin. Wir sind ja immer mit drin. Es wird auch für die Wartenden vor Ort natürlich auch wieder einen heißen Apfelsaft geben. Für die kleinen Wartenden. Und für die großen Wartenden einen heißen Apfelsaft mit, vielleicht ist er auch anders farbig. Ja, wer uns unterstützen will, ist gerne willkommen. Das war ja im letzten Jahr und im vorletzten Jahr haben wir das angefangen. Im letzten Jahr war das richtiges, richtig fettes Highlight gewesen. Und uns wurde gesagt, wir dürfen damit halt nicht mehr aufhören. Also machen wir weiter. Das ist das, was im Waldbad ist. Achso, Waldbad kommt nochmal dazu. Der Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt. Ja, ist doch richtig. Der Weihnachtsmarkt am 10.12. findet statt. Wer sich dort noch mit einem Stand präsentieren will. Und das bisher noch nicht gemacht hat. Am 9.11. ist um 18 Uhr die zweite Vorbereitungssitzung im Waldbad Burgheide. Dort könnt ihr nochmal mit hinkommen. Falls ihr es zuerst nicht geschafft habt. Oder jetzt euch noch entschieden habt, einen Stand zu machen. Vereine, ringsherum Interessierte, die einen kleinen Stand machen wollen. Wer jetzt einen richtigen Getränkestand hat mit Essen und Getränkeverkauf, ist die Standgebühr 60 Euro. Für Kunstgewerbe 15 Euro. Für alle, die es noch nicht wussten. In diesem Jahr sind auch unsere Stände leider teurer geworden vom Vermieter her. Wir legen aber dieses Jahr die Kosten nicht um. Wir bleiben so wie im letzten Jahr. So, das dazu. Weihnachtsmarkt. Das dazu. Dann noch, bevor wir es vergessen, dann kommt nochmal das. Und dann kommt nochmal, bevor wir es vergessen, Arbeitseinsätze. Arbeitseinsatz wird stattfinden im November und wir werden berichten über alle Medien, sprich auf der Internetseite www.waldbad-burgheide.de, über die E-Mail an die Vereinsmitglieder, über Burgheide News, wo der Link geteilt wird bei Facebook und auch auf anderen Facebook-Seiten wird das dann noch erscheinen, auch vom Waldbad selber. Jo, und dann noch Thema. Richtig, da bitte alle Haken mitbringen oder so, Laub brechen und sowas. Weil ich hoffe, dass bis dahin noch ein bisschen Wind kommt und das Laub runtergepustet wird. Denn im Moment sieht es nicht so aus. Aber es hängt alles noch um. Und da macht jetzt ein Arbeitseinsatz im Moment überhaupt keinen Sinn. Nicht. Nicht. Für ein Glück. Ja. Für Essen und Getränke wird beim Arbeitseinsatz gesorgt sein. Das ist doch bei Essen und Trinken. Essen und Trinken. Ab dem 1. Januar, beziehungsweise saisonbegleitend, suchen wir vom Waldbad her einen neuen Pächter, Pächterin für unser Bistro am Waldbad. Wer sich also dort verdingen möchte in der Küche und mit Getränkeverkauf, einfach über die E-Mail-Adresse info at waldbad-borkheide.de den Jörg anschreiben. Da ist unser Vereinsvorsitzender dahinter. Und er wird sich natürlich umgehend mit euch in Verbindung setzen. Tja, so. Dann sind wir schon fast durch heute an diesem extra heißen Tag. Du hattest wie viel Grad auf deinem? Ich hatte auf unserem Borkheide-News-TV-Wetterkanal, den man unter wunderground.de, also wetterunderground, wanderground.de, nee, komm, Entschuldigung, .com, finden kann. Hatte ich heute Spitze 24 Grad. Siehst du? Und meine Nachbarin hat mir hier dieses Foto geschickt. 25 Grad im Schatten hat sie geschrieben. Da hat sie aber so gemacht voll. Im Oktober. Hatte sie geschrieben mit den Fingern dran oder so? Ja, es war ein wunderschöner, warmer Tag gewesen. Ich war heute nochmal mit dem Motorrad unterwegs gewesen, war geil, aber ich habe geschwitzt unter meinen Klamotten. Genau, und ich habe heute geheizt, indem ich das Fenster aufgemacht habe. Du hast geheizt, indem ich das Fenster aufgemacht habe. Das habe ich übrigens auch gemacht. Genauso. Weil ich hatte dann draußen über 20 Grad und drinnen waren so 19. Ich habe gesagt, geht so nicht, 22 Grad draußen. Dann habe ich die Tür aufgemacht und schon funktionierte das. Und dann hast du über die Heizung auch das Gas zurück in die Leitung gedrückt, ne? Also ich habe prinzipiell eigentlich gar kein Problem damit, wenn es so warm bleibt. Ja, musst du ja nur ein bisschen länger Rasen mähen, aber momentan. Moment, sagt die Wetteruhr für morgen, für den Dienstag, wenn wir heute die Sendung noch raushauen, ein bisschen Regen an. Das sieht morgen nicht so schön aus. Aber auch nur 16 Grad oder so, ne? Wow, man genießt ja jede warme Temperaturspitze. Gestern Abend draußen gesessen noch, um abends halb acht. Ja, wieso durftest du nicht rein, oder wie? Nö. Sieht sich ausgesperrt, deine Frau. Nein, sie saß mit draußen. Ja, so, hier, Pech da haben wir. Pech da haben wir, Wetter haben wir. Genau, was haben wir noch? Kalender werden. Der neu gegründete DLRG-Vorstand ist übrigens auch aktiv und ist gerade momentan dran, die Schwimmzeiten in verschiedenen Hallen wieder zu klären. Und so wie dort Informationen kommen, werden die auf der Webseite borgheide.dlrg.de umgehend veröffentlicht. Auch an die Vereinsmitglieder der DLRG wird dann umgehend die Nachricht rausgehen, wann und wo das Schwimmen dann wieder aufgenommen werden kann. Also es sind im Moment alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass das hier auch wieder vernünftig weitergeht. Gut, das war's, ne? Stand gar nicht drauf. Pass, ich schreibe das jetzt mal dazu. Haken dran. Du musst gucken, wie du schreibst. Warum? Das interessiert doch keinen mehr. Schmeißen wir doch nicht mehr. Jetzt hat der dich für den Skript kaputt gemacht. Ja, das war's mal wieder. Jetzt im Oktober. Der nächste kommt höchstwahrscheinlich im November. Vergesst nicht den 3. Dezember, wo der Weihnachtsmann kommt. Denkt an die Kalender. Freut euch auf dem Weihnachtsmarkt im Waldbad. Kommt gut durch den Tristen November. Aber wir machen noch mal eine Anti-Tristesse-Sendung. Ach so, da habe ich noch eine Frage. Ja, frag mal. Den oder mich? Na, uns. Wie sieht's denn nun aus? Machen wir noch im November eine BNTV-Glühweinparty? Da müssen wir mal auf den Kalender gucken. Wir gucken noch mal auf den Kalender. Also wir machen auf jeden Fall noch eine Sendung und sagen euch Bescheid. Also eigentlich müssen wir es dringend machen. Es ist überfällig. Trinkend? Längst. Was? Trinkend? Hast du trinkend gesagt? Trinkend. Gut, das war's für heute. Wie immer hier vor der Kamera. Marze und? Lutze. Und tschüss. So viele Pilze. Die ganze Kisten voll. Mit Kronkorken oder ohne? Ja, mit Kronkorken. Mit Schrauben auch. Die billigen Plastiflaschen gibt's auch Schrauben. Das ist unglaublich. Pilze. Aber nicht im Wald gefunden worden. Aber da standen noch keine Autos. Nicht? Nicht draußen, nicht drin. Da trauen Sie sich nicht reinfahren. Wisst ihr, reinzufahren bist du. Lass dir mal reden.